moin moin hier ist wieder euer robot für euch ja ein neuer boss ist da face die möchte ich aber gerade mal nicht angehen wir gucken mal welche karte und die regeln das sollte man schaffen aber darum geht es heute nicht da werden wir auf jeden fall auch einschauen so sieht nämlich aus da ist auch nichts ihr habt ihr gesehen wir haben schwer abgeschlossen jetzt möchte ich noch mal eben schnell hier einmal schnell durch spielen ich denke mal die mannschaft so wie sie ist ist ganz gut guck mal eben was fehlt ja ich wollte euch einfach mal nur eben gerade zeigen dass es einfach nur easy ist ich weiß schwer habe ich schon erledigt aber are you kidding me nothing gets past my bow bevor wir uns dann nachher einen boss wagen ich denke mal leicht und mittel wenn wir jetzt auch ziemlich in halben drei viertel stunde durch haben ja 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 Jetzt sind wir nämlich in Runde 10 Ich habe jetzt auch meine Einheiten nicht geändert, weil ganz ehrlich, ich habe mir nur 10 Bote dazu geholt. Die werde ich wahrscheinlich eh nicht brauchen, aber gut. Die werden die Erdmöglichkeiten sind ganz ehrlich und nicht. Okay, wir haben heute eine 1.2. Wir werden die Erdmöglichkeiten bilden in der fahrzeichen der Erdmöglichkeiten, wie es die Erdmöglichkeiten gibt. Die werden die Erdmöglichkeiten zerstört. ist ja auch alles hier billig oh yeah so jetzt gehe ich hier auf Ardung des Drachen unter 27 normalerweise müsste ich mit denen 4 Runde 40 schaffen so hier gehen wir auch auf Moloch und zur Absicherung setzen wir hier jetzt nochmal Kollegen hin so Moabkiller und dann wird sie sich Geschichte eigentlich mit Runde 40 durch dann müsste hier eigentlich schon so Ihr seht ja, kommt nix durch. Boom. Jetzt geht's. Ahem. Quincey. Ja, auch wenn da jetzt etwas durchkommen sollte, da oben das Ding, der schafft es schon. Das baue ich hier gleich oben aus. Auch nur bis Runde 40? Oh, ist ja langweilig, aber gut. Aber hier oben, das ist jetzt mega safe. Da Das Musik Wahrscheinlich würden die drei das auch schaffen, aber gut. Aber gut. Wenn man schon weiß, wie man was machen muss, dann läuft das auch. Oh, right. Musik Ah, ich gehe da jetzt eigentlich ganz entspannt rein, da ich ja schwer wirklich ganz entspannt geschafft habe. Denke ich mal, wird das hier auch ganz entspannt laufen. Kostet mich das 2.705, okay. Ah, ein bisschen Stein, aber gut. Musik Brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber nehmen wir jetzt auch noch mit. Musik ... ... ... ... ... ... Atem des Wachen So jetzt werde ich auch nichts mehr aufbauen, weil ihr seht es ja Wuckdiwupp Incoming Sack, weiter. Ja, auf der Map, äh... Wieder nur 40 Runden, okay. Dann ist aber leicht, wirklich leicht, also... Gut. Ah, gut. Umso schöner für mich. Und wenn jemand durchkommt, dann ist es so. Ich glaube, da kommt nichts durch. Okay. 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 So, die drei machen das jetzt hier. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, zack, zack, zack. Ne, es gibt ja auch noch mal ein bisschen Geld dafür. Und ich will ja immer noch Sauda haben. Ich weiß nicht, ob wir den Flieger wirklich noch brauchen, aber gut. All right. Aber, ja, kann man machen. Ganz entspannt hier. Also, wenn da jetzt noch was durchkommen sollte, dann weiß ich es auch nicht. Na, im Prinzip brauche ich nichts mehr machen. Ha! Incoming! Sehr schön. Ja, damit habe ich die Odyssee abgeschlossen. Ciao mit Frau Robin, wir sehen uns dann bei Mittelwiederschwerben ja schon erledigt. Tschüss! Tschüss!